Willkommen zum Let's Play von Red Dead Redemption 2. So oft kommt es gar nicht mehr vor, dass ein Release von dem Spiel, ein Start, noch so ein richtiges Event ist, wo man sich sehr darauf freut und es gar nicht erwarten kann loszuspielen. Aber so geht es mir bei Red Dead Redemption 2 und nach allem was man so hört, wohl auch zu Recht, soll ein fantastisches Spiel sein und ich bin sehr drauf gespannt und freue mich sehr das gemeinsam mit euch zu spielen, gemeinsam mit euch das Let's Play zu erleben. Ich spiele es auf der PlayStation 4, ich spiele es auf Deutsch, es gibt keine deutsche Sprachausgabe, es gibt einen deutschen Untertitel, aber das werden wir gemeinsam hier schon gemeinsam erleben. Ich freue mich sehr darauf, schön, dass ihr dabei seid. Ich will auch am Anfang gar nicht so viel erzählen, ein paar Lade-Screens, dann geht es schon gleich los, sondern wir wollen gemeinsam das Spiel erleben. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Im Jahr 1899 neigte sich das Zeitalter der gesetzlosen Revolverhelden seinem Ende zu. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Schauen wir mal, wie gesetzestreu im Spiel wirklich zugeht. Amerika wurde einplanet Mount. pendestar Es ist ja schon beim Zuschauen kalt. Da! Arthur! Hat er Glück? Ich habe einen Ort, wo wir ein paar Geheimnis bekommen können. Dein Davy resten, wenn er... Du kennst... Eine alte Mining-Town. Abandon. Es ist nicht weit. Komm schon! Komm schon! Kapitel 1. Coulter. Bring ihn in here! Miss Gaskell! Get that fire lit quick! Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson? See what we've got in terms of food. Davy's dead. There was... Nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here. And you were gonna get yourself worn. Now, I sent... John and Mike scouting out ahead. Arthur and I... We're gonna ride out. See if we can find one of them. Miss? Just for a short bit. Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, Ollie, for a moment. Now, we've had... Well, a bad couple of days. I loved... Davy... Jenny... Sean, Mac... They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could... Throw myself... In the ground... In their stead... I'd do it. Gladly. But... We're gonna ride out. And we're gonna find some food. Everybody... We're safe... Now. There ain't... Nobody... Following us... Through a storm like this one. And by the time they get here... Well, we're gonna be... We're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson... Miss Grimshaw. I need you to turn this place... Into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you... All of you... Get yourselves... Warm. Stay... Strong. Stay... With... Me. We ain't done... Yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. Well... We ain't run into them yet. So... They both must have headed down the hill. Sure. Hey... I ain't had time to ask... What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Hey... You need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith... Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son! I... We... Need you strong. Okay. All right. Let's head out. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been two days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Bridge coming up. Take it easy. Take it easy. Alright. Go outside of the zeker. I'll do theにちは, baby. I can't believe you have lost solamente. Being the last one, my wife. No more. We need to get those people warm more and fed. Ding! These we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this... A couple more days. We'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We've got a fire and shelter as you start. ich bin was nach dem geld noch fragen darf ich nicht mehr verdammt so schnell geritten michael michael jungen ich denke so ich habe ein kleineses okay jemand ich bin ich bin ich bin Lass uns sehen. Follow mich. Wie ist Davey? Du hast es nicht gemacht. Keine Jenny. Das ist zu schlecht. Davey war ein wirklicher Kampf. Die beiden Kalender-Boys sind. Oder... war. Ja. Und Mac, Sean? Wir wissen nicht. Es ist ein ganzes Geschäft. Ich bin froh, dass du gut bist, Micke. Immer. Ask ihm, ob er John gesehen hat. Hey, hast du John gesehen, Micke? Ich habe nicht gesehen, als diese Wälder kam. Er hat ihn nicht gesehen. Er wird gut. Er wird immer gut sein. Ich hoffe, Mac und Sean sind noch da, irgendwo auch. Move up, Arthur. Ich werde die Reine. In front of dich. John! Ich habe das mal geklickt mit X. Ich habe das schon richtig gemacht, dass ich hier eine Pute-Karten gesehen habe. Are you sure about this, Micke? Mr. Morgan. Ich habe das nicht gedacht, dass ich so glücklich sein würde, dass dein Gesicht zu sehen ist. Ich bin ein bisschen leidiger hier. Wo ist alle anderen? Der Mining Camp, zurück auf die Hälfte. Ich habe die Hälfte auf die Hälfte auf die Hälfte auf die Hälfte. Ich habe das vorhin gesagt, wir haben zu viele Mälen zu essen. Wir haben ein paar weniger jetzt, also sollte man glücklich sein. Das ist nicht fair, Arthur. Ich habe meine Karte. Du denkst, es ist unverlässig, die anderen zu tun? Also, diese Haus? Du sprachst mit den Leuten da schon? Nein. Wie der Deutsche uns gesagt hat. Schau, aber nicht mit niemandem zu sprechen. Nur folgst in Ordnung. Du kennst mich. Ich bin ein guter Mann. Na klar, der Micah. Ich bin ein bisschen Respekt. Wie viel weiter? Nicht weit. Was bedeutet das? Nicht weit. Ja, danke. Oh, verdammt! Dieses Schnee geht direkt auf die Hälfte. Okay. Let's keep it down now, gentlemen. It's just easy. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay. Let's head down there. Ja. Gesundheit wird unten links angezeigt. Okay. So gesund sind wir nicht. Aber es ist wirklich... Man fühlt die Kälte. Die äußere Anzeige zeigt eine verbleibende Gesundheit. Der Stand des inneren Kerns beeinflusst hier die Schwierigkeit der Gesundheitsvegeneration. Nähere dich dem Anbindepfosten. Das klingt ja schon mal sehr einladen an Anbindepfosten. Was ist denn, wo man das Pferd anbindet? Ich hab gedacht, wo man Menschen anbindet. Schon im Indianermodus hier. Okay, es geht um das Pferd. Okay, alles gut. So. Angebunden. So. Angebunden. Viehschuppen. In den Schuppen rein. Ja. 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 Gerade dabei. Ich muss jetzt nochmal rüber. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich rüber springe. Hallo. 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 Oh, well. Hallo, Freund. Was willst du? Ich bin sehr entschuldig, dass du dich beschädigst. Bei euch? Uh, mein cram und ich, wir sinderliche Probleme in der Wand. In der Schuppen. Ach, Herr Freund. Wir können dich nicht helfen, Herr Schiff. Ich habe Leute. Arthur, wir haben einen Problem. Das sind ein Asche. Es gibt eine Fische hier. Arthur, es ist ein Körper in der Wäge. Ich höre dir, einfach... ...hier auf dich. Bitte. Ich denke, du sollst jetzt gehen, buddy. Jetzt, Freund. Ich habe nicht viel zu fragen. Bitte. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich glaube nicht. Komm hier, Freundin. Komm hier! Es ist... ...Dutch-Vandalin, du... Oh, Scheiße! Schau mal, mehr zu tun! Da ist noch ein... Da ist noch ein... Da ist noch ein... Ich bin... Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Das ist mein Juni, Arthur! Mit echtem? Das ist hier! Warum? Ich weiß nicht... Vielleicht auch der gleiche Grund als wir! Micah, geh geh die Hände zu nahe an das Haus! Arthur, lass uns die Kabine suchen! Man guckt, dass da keiner im Haus mehr rum ist Whisky, die wichtigsten Sachen mitnehmen Kekse Schon alles einstecken Mal unsere Tasche angucken Was haben wir denn? Dosenmais Dosenfirsiche Bohnen Wie ist es denn mit ein paar Bohnen? Dosenmais Füllt den Kern der Gesundheit etwas auf Okay Und Ausdauer So, dann nehmen wir mal was Essen Gegenstände haben verschiedene Wirkungen Der Verzehr von Nahrungsmittel füllt den Kern deiner Gesundheit etwas auf Essen von besserer Qualität füllt deinen Kern mehr auf Da geht noch ein bisschen mehr Das sieht ja ganz gut aus Das Herz ist fast voll Oder ist es das, wie weit es ist, wie weit es auffüllt Dieses Blinken So, noch ein Nachtisch vielleicht, so ein Dosenfirsich So ist gut Können wir den Schrank wieder zumachen Uns paar Snacks gegönnt Schauen wir uns hier noch ein bisschen um Für Medizin hier im Schrank, sehr gut So groß die Hütte jetzt nicht, aber die sollten wir gründlich durchsuchen Und wirklich alles gebrauchen Gute Premium Zigarettenkarte untersuchen Berühmte Revolverhelden und Gesetzlose Bild 2 Was jetzt so wichtig ist Können wir uns das mal anschauen Na dann Können wir noch ein bisschen die Revolverhelden sammeln Vielleicht können wir selber bald zu den berühmten Revolverhelden So, die Truhe sieht doch gut aus Da könnte was drin sein Mit dem Beutel Das war's schon Jake and Sadie Wedding Was hast du da fliegen, Arthur? Entschuldigung Aferplätzchen So, ich hab mich halt gründlich umgeschaut Das ist wichtig Überhaupt nichts übersehen Gucken wir mal ganz kurz hier noch rein Bevor ich zu den sehr großen Scheunen gehe Überhaupt nichts übersehen Ich hab ganz Sorgfältig Nicht umgeschaut Da ist nichts mehr Ganz aktuelle Ziel Hat einen Kompass Den da mal wohin zeigt Dann ist das normal Kompass Erweitert Ja, okay Lassen wir mal auf normal Arthur, was machst du? Was machst du? Geh, schau in die Barre Whoa! Oh! Oh! Bastard shot by Cousin! Well, he's started I'm gonna break your neck What's going on? This guy just jumped Oh-oh! Did he now? Sneaky little bastard Ich will sie? Nein. Noch nicht. Findet ihr, was sie hier machen, und wo Kolm ist. Oh, diese Scheiße wird sprechen. Where ist Kolm, O'Driskel? Mit den anderen. In einem alten Mining Camp in den Südwesten hier. Nähe dem Meer. Was sind Sie hier machen? Warum sind Sie hier? Wir versuchen, um ein bisschen trainieren. Wir werden die Flasche. Ich weiß nicht mehr als das. Ich versuche. Ich würde sagen, es sieht aus wie du das hast, Arthur. Mach das, was du mit ihm willst. Ich weiß nicht. Aber bringe das Hecht, wenn du fertig bist. Ich weiß nicht was anderes. Ich weiß nicht was anderes. Bitte. Geh zur Hölle, Alli. Geh! zu unternehmen. Lass mich das Fährt gleich mal anschauen. Sonst wird mir noch was Sinnvolles einstecken können. Du bist alles gut, Junge. Was ist denn mit dem Pferd? Ein bisschen vertraut machen? Du musst ihn behalten. Du musst ihn hängen. Er ist bereits skittig. Sind wir schon dabei. Ich wollte es euch anbinden. Was ist da los? Du bist ein Schuss. Du bist ein Schuss! Micah! Miss. Es wird okay sein. Komm schon. Es wird okay sein. Wir müssen hier raus. Und schnell. Na toll, Micah. Du bist okay, Miss? Sie kamen drei Tage vor. Und mein Mann... Okay. Miss. Du bist sicher. Und du kannst nicht hier sein. Du kommst mit uns. Barthi! Miss. Es ist okay. Wir sind schlecht. Wir sind nicht sie. Es ist okay. Wir sind sicher. Wir müssen dich sicher sein. Wir müssen dich sicher sein, bis du wirst, was du willst. Was ist dein Name, Miss? Miss. Adler. Adler? Sadie Adler. Frau. Ich... Er... Er war mein Mann. Dr. Was ist der Mann? Ich bin nicht der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Sie sind sicher. Wie warst du? Micah hat ein Haus gefunden, aber er war nicht der erste. Kolm O'Driskel und seine Schmerzen haben wir uns zu tun. Wir haben ein paar von ihnen gefunden. Aber es gibt noch mehr. Wahrscheinlich... ...sglauern. Danke. Das ist die letzte Sache, die wir jetzt brauchen, Judge. Es ist das, was es ist. Aber wir haben ein paar Schmerzen, ein paar Blankets, ein bisschen Essen. Und diese Schmerzen, Mrs. Adler... Mrs. Tilly, Mrs. Karen, würd du sie auf? Gib sie ein Drink oder etwas? Und Mrs. Adler, es wird okay sein. Du bist sicher, jetzt. Sie hat sie in eine Wiede genommen. Ich brauche noch ein Rest. Ich habe noch drei Tage gedauert. Du bist hier. Mrs. O'Shea wird dir zeigen. Mr. Morgan? Wir haben dich in eine Wiede genommen. Danke, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, du bist mit den Kollegen da. Was? Wie kommt Arthur, wenn ich eine Wiede genommen habe, und ich habe eine Wiede neben Bill Williamson, und ein paar Schmerzen? Schau dich in eine Wiede. und ein Gespräch in ein Wiede! Spannungs-Häppend impressed sich sicher, dass sich zerstört und in einem dieses Spiel warst, und wir haben es tea, ja so Panische Hallo, Arthur. Abigail? Arthur, wie geht's? Alles gut, Abigail. Und du? Ich brauche dich... Entschuldigung, Entschuldigung, aber... Es ist John. Er hat sich in eine Schrappe wieder. Er hat nicht gesehen in zwei... zwei Tage. Ihr John wird gut. Ich meine... Er ist wie schuldig als Rock, und wie schuldig als Rusted Iron, aber das ist nicht verändern, weil er in eine Schrappe getötet hat. Bitte gehen Sie mal. Javier? Ja. Javier, kannst du mit Arthur gehen, um zu schauen zu John? Sie sind die zwei besten Menschen, die wir haben. Jetzt? Sie sind... Wir haben alle... Wir haben ihn ziemlich Angst. Ich weiß... dass die Situation wiederverteilt wurde. Und... er hat mich geschaut. Danke. This way. Best I know, John war auf die Runde. Für alle, die wir wissen, er hat sich immer nach links zu gehen, und nicht nachschauen. Du darfst nicht weg. Nicht so. Das wäre das erste Mal. Hey, ich sehe ein Blatt. Komm, wir schauen uns mal. Wir hoffen, dass es nicht mehr von O'Driscolls ist, Leute. Na, ... 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 Warum sollen wir uns zu lange bummeln, wenn wir gerade eben noch da waren? Also, auf die Gesundheit des Pferdes müssen wir auch aufpassen. Wir können die Kamera abschalten. Wir wissen gar nicht. Ich bin froh, dass wir alles weggekommen haben. Nachdem Sie die Leute aus dem anderen Seite kamen, wir waren nur noch aufpassen. Schade, alles gut. Der Schnee kommt wieder in heiß. Wir verlieren diese Straßen, wenn wir nicht schnell gehen können. Das ist eine coole Idee mit der Kinokamera, wenn man seine bestimmte vollständige Wege lang reitet. Komm schon, Junge. Die Böden fühlen. Ja, hier ist viel frische Schnee. Ich weiß nicht, Javier, aber wir können nichts folgen. Lass uns ein bisschen weiterentwickeln. Vielleicht werden wir wiederholen. Wir sind fast da, Junge. Komm schon jetzt! Hey, schau mal, da hinten. Siehst du das? Nein, ich wollte es nicht mehr versuchen. John fiel das Hohen, als wir Blackboarden verlassen. Lass uns sehen, ob er uns hören kann. Komm schon, da hinten. Nein, ich wollte es nicht mehr versuchen. Der ist schon gerufen. Stell mich aufs Herz. Okay, Junge. Ich hätte die Stelle noch untersuchen können. Aber da hört man ja schon hier nicht vor. Lieber nicht bummeln. Okay. Wir können jetzt Waffen tauschen und fährt. Ja, so viel haben wir jetzt eh nicht. Oder? Abgesiegte Flinte. Probieren wir die Maus. Hoffentlich war es die richtige Wahl. Mal. 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 wenn die Pferden wirklich nicht weitergekommen sind. Bedeutung hier. Begutung hier. Okay, von hier. Begutung hier. Das ist echt schlappig. Bleib bei der Pferde. Nicht mehr viel Ausdauer hier. Eine Tasche zugreifen, was soll ich denn jetzt machen? Ah, um was essen, was meine Ausdauer wieder auffüllt. Füllt die Kerne von Gesundheit aus ein wenig auf oder alle Kerne deines Pferdes. Das auch noch. Haferplätzchen. Gesundheit, Gesundheit. So, dass das nur für Ausdauer ist. Gesundheit sieht ja eigentlich ganz okay aus. Bring mir mit Zigaretten. Traum jetzt aber nicht. So. 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 Und sagt er Das ist gerade von links Die laufen ja schon Ist der Marston tatsächlich Fand ich ganz sicher mit Johnny und Zeit Das ist ziemlich ein Schraub, das du da hast Ich habe nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber Schön, dich zu sehen, Arthur Morgan Du siehst nicht so gut Ich fühle mich auch nicht so gut Ich habe auch nicht so gut Ich stehe Keine sterben, Cowboy Komm schon, Kumpadre Ach so, wir können nicht zurückkommen, wie wir kamen Wir versuchen das hier Oh-oh 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 Wenn du für die Hosen gehst, ich stehe Johns Freunde ab, bis du klar bist Okay, hier geht's, John Wir lassen sie zu Arthur Wir holen dich von hier Hey Keep them away from us Overhand Throw them off us, Arthur Don't bring them this way Got them all Who were you, Arthur? Who were you, Arthur? Okay, let's get going, before any more of these bastards show up All right, boy And, wo's geht's? Let's get back to the others Let's get back to the others I don't feel too good You'll be fine It's just like a, a dog bite I knew a fella Got bit by a dog Died An hour later You ain't gonna die Not yet No way No way No way More coming down the hill Is it the way Higher Get out of here Get the hell out of here Get out Look out on the right We got more wolves on the left You gotta get the enemy Get out of here Get out of here Get the hell out of here You see any more, Arthur? Don't think so Jesus You still with us, Marston? Just about You're gonna be okay You have some shelter now Thanks for coming for me Of course That bullet in Blackwater Now this You had a hell of a time And Arthur always says I'm lucky We should ride in the water for a bit Try to lose a scent Don't wanna leave a trail Right back to camp You know We're gonna need to come up with a better story For that scar So Freezing Bleeding Starving Damn near Getting eaten to death Ain't good enough for you Here Let's cross to the left Yeah, come on Let's push hard and get back See those buildings up ahead, John That's where we camped Nearly there Come on Someone help John down off this horse Can we get some help here? Oh yeah Can we get some help? We need some help here Come on, help him down You're alive You're alive You're alive Here we go There we go Ah, you're careful, idiotas It's his leg Come on, let's get you warm Thank you Thank you You both This is a new low Even by your standards Thank you, Arthur Thank you Any other lost maidens need saving? Not today Have you and Dutch Talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss When the weather breaks I suppose we'll have to keep heading east East? Into all that That civilization I know The west is where our problems are worse Come on, Herr Strauss Let's get warm Thank you, Mr. Morgan Thank you, Mr. Morgan We've been running for weeks We found shelter And been resting here In some old abandoned mining town While we wait the thaw Hardly the spring I had been hoping for To get warm We get warm We get warm We... Wait When the storm breaks we move We're safe Okay Warm enough What is the name of the day Can we look at? You sound doubtful Not doubtful Just worried You have been shot at before, Jose I don't feel that this is honestly anything new I hope not Blackwater Ich habe dieses neue Tagebuch gekauft, nachdem das alte bei dem Feuer verbrannt ist Das muss auch schon wieder Monate her sein Ich habe in den letzten Monaten nicht viel geschrieben oder gezeichnet, aber es fehlt mir mehr als ich erwartet habe Jetzt habe ich endlich ein Geschäft gefunden und jetzt schreibe ich hier wieder Nach der Sache im Norden und dem Feuer haben wir ein paar Monate der Wildnis verbracht Wir sind von den nördlichen Grizzlies runter Wir sind seit Wochen auf der Flucht Nicht nur ein wenig wie üblich, sondern richtig Das Ding, das sie in Blackwater gedreht haben, dieser Raubüberfall auf die Fähre War wohl ein Desaster Jenny wurde getötet, das arme Ding Sean und Mac sind wieder verhaftet oder tot, das weiß niemand so genau Und Dutch hat ein Mädchen erschossen Ich weiß nicht, ob absichtlich oder aus Versehen Eventuell wurde er auch reingelegt Wir sind Hals über Kopf in die Berge geflohen und mussten die Beute und fast alles, was sie besaßen, zurücklassen Wohl kaum der Frühling, den ich mir oft erhofft hatte Jose und ich hatten einen kleinen Überfall in Blackwater geplant Aber das hat sich wohl erledigt, genau wie das meiste von dem, was ich mal besessen habe Ich mache mir wirklich Sorgen, wie es weitergeht, sobald wir diesen Ort verlassen oder die Gesetzeshüter uns oder die Gesetzeshüter uns hier oben finden Wir haben ein Mädchen gefunden Naja, sollte wohl eher Frau es nennen Ihr Mann wurde von ein paar der Jungs von Carl O'Driscoll ermordet Hüble Sache Das war's jetzt Das ist was bis jetzt passiert ist Kleines bisschen von der Vorgeschichte von diesem misslungenen Überfall Und dann haben wir hier eine eigene Butze Du bist ein eigenes Zimmer Wir müssen nicht ganz miteinander zusammenpennen So, Haferplätzchen Ein Tonikum Kann man das mal mitnehmen Aber das ist ja unser Zimmer, das heißt wir machen hier auch mal schön die Schubladen zu Soll ja nicht scheiße aussehen So sieht es schon scheiße genug aus, müssen wir nicht noch schlimmer machen Angebrochene Arznei Kann keinen mehr davon tragen Haben wir anscheinend schon genug vorne dann Nichts noch zu sagen Dutch Anscheinlich Anscheinend so schwer beschäftigt Wollen sie nicht mit uns quatschen Aber wir haben draußen zwei mit denen wir reden können Mit Bill und Mr. Pearson Pearson möchte mit mir sprechen Und Bill, alte Freunde Können wir jetzt hier noch Wegpunkte setzen und so weiter Das brauchen wir jetzt noch nicht Das ist die Karte Jetzt haben wir noch eine Menge zu erkunden Geben wir jetzt mal zu Bill Das ist die Karte Das ist die Karte Ich glaube, ich glaube, Sie lief die Karte Ich glaube, Sie lief die Karte Ich habe sie mit ihnen Was für ein Party? Wahrscheinlich. Das ist lustig, oder? Ja, sicher. Ich fühle mich nicht so, wie ich lacht von den Likes von euch zwei. Stopp! Jetzt! Du füllen, die sich aufhören, wenn Cuomo Driscoll nicht aufhören muss. Hör! Du willst, wenn er sich aufhören, um ihn zu finden, um uns zu finden? All of you, wir haben Arbeit zu machen. Komm schon. Du bist sicher, Dutch? Ja. Wir haben beide viel durchgeführt. Wir sind noch gar nicht auf der Kanteil. Und das letzte, was wir brauchen, ist, dass wir durch Kolm O'Driskel getrennt haben. Los geht's. Ich weiß, dass du ihn liebst, Dutch. Er ist hier für uns. Ich schaue das. Nein, du schaust mich. Ich würde niemals schaue dich, Dutch. Du... Du hast immer gesagt, Revenge ist ein Luxury, wir können nicht affordieren. Das ist ein richtiges Wort, Arthur. Hier. Geh das. Und das ist mehr als Revenge für Business, lange vorhin. Sie sprachen über Trainers und Detonator. Hier. Kolm immer hatte gute Informationen. Komm schon. Und du denkst, jetzt ist die richtige Zeit, um einen Train zu fangen? Jetzt, du möchtest, dass du auf Dier-Piss und Räbber-Shit bist. Ich bin zu alt für diese Leben. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, bitte schau mal nach dem Ort, wo es O'Driskels gibt. Ja! Südwest, richtig, Arthur? Ja. Du sagst, folgst den Hauptbahnhof, Südwesten. Der Kampner ist etwas später. Okay. Let's go find these bastards before they find us and rob this core their planet. Das ist ein anderer Plan. Was ist das? Was ist das? Tracks. Horses. Quite a few of them. Ich kann sagen, die nur die Schmerz hier sind wir und sie. Sie müssen hier sein. Du gut, Ditch? Natürlich. Natürlich! Listen, ich weiß, dass du nicht viel von meinen Ideen denkst, aber das ist der richtige Weg. Okay. Du weißt, dass ich deine Brücke habe. Ich habe ein lange Zeit gelernt, dass du Colm O'Driskel hattest. Wait für ihn, und die Leute, die du lieben, werden sterben. Dieses Füge zwischen dir und ihm, muss man festhalten werden, eine Art oder andere. Es wird sein. Einige Dinge kann ich nicht vergleichen, andere kann ich nicht vergleichen. Was er für Hannabelle hat, kann ich nicht tun. Du hast seine Brüder, Dutch. Ja, ich habe. Und ich hoffe, dass die Brüder sich bald wiederholfen werden. Das ist wie das Ende. Das stimmt, Boss. Das ist ein Schmuck. Das ist ein Schmuck. Wir schauen uns hier an. Wir sagen, es war bei der Brüder, also muss man sich nahe. Wir haben hier ein Schmuck. Wir sehen uns hier an. Wir haben einen Schmuck. Wir sagen, es war bei der Brüder, also müssen wir nahe. Was? Ich dachte, wir sollen absteigen. So, jetzt darf ich anscheinend absteigen. Na, danke. So, hier sind sie. Das ist definitiv sie. Zu Hause? Ich denke, das ist sie. Ja, das ist sie. Wer spricht? Er ist nicht sehr glücklich. Nein. Sie sind weg? Sie sind. Wir müssen sie holen? Nein. Cone kann warten. Es ist gut, dass sie rauskommen. Und es ist viel weniger Spaß für ihn und seine Anerkennung, wenn er noch nie herausfindet. Alles klar, gehen wir uns an unseren alten Freundinnen zu besuchen. Jetzt kommt man gleich noch. Wollte gerade sagen. Ich wollte mir noch eine Waffe aus dem Pferd nehmen. Ihr Mädchen sind bereit, sie alle von dort absteigen. Du hast es, Dutch? Nein. Das ist gut. Das ist gut. Wir sitzen auf deinem Hals, Arthur. Dann vergleiche ich mir die Werte mal ein bisschen. Was sind die beiden Sachen? Macht mir Schaden. Der Zustand ist ganz gut. Feuerrate. Genauigkeit ist halt nicht so der Knaller. Ich nehme die trotzdem nochmal mit. Das Gewehr. Das kann ich nur von der Seite nehmen, weil eben er ist nicht genommen. Ein Gewehr hat er überhaupt nicht angezeigt. Es sieht wie jeder einen langen Waffenplatz aus. Ach so. Da links. Ah. Ich bin mir nur wundert, weil ein Sattel angezeigt wird. Okay. Passt. Wie er es nochmal gesagt hat. Jetzt kann ich hier die Waffen wechseln. Das ist so viel Nahkampf, die abgesegte. Wie du sagst, Revenge ist ein Luxury, das wir nicht haben können. Ja. Ich war einfach nicht sicher, dass du mit mir agreest. Arthur. Arthur, hast du komplett in mir verloren verloren? Hast du mir in mir? Unsere Waffen sind jetzt, die Herzen, die Herzen, und weg von hier raus. Alles andere, including Korn, kann warten. Okay. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Sieben Schuss haben wir da, bevor wir nachladen müssen mit dem Gewehr. Dann werden wir mal schön in den Spuren von den anderen beiden. Es ist tief hier. Warte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Kampf gleich aussieht mit dem Gewehr hier gegen das Nächste Folge von Red Dead Redemption 2 auf. Ich hoffe, euch hat es gefallen soweit. Der einstiegende Spiel und die erste Folge des Let's Plays. Ich finde es bisher sehr, sehr cool. Ich freue mich schon sehr drauf, das weiter zu spielen. Falls ihr ganz neu seid auf dem Kanal, zum ersten Mal hier zuschaut, dann herzlich willkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ihr vielleicht abonniert und wenn ihr schon Abonnenten seid, solltet ihr unten rechts neben dem Abonnieren-Button die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt. Dann seht ihr es auch auf der Startseite, wenn ihr ein neues Video hier sehen könnt auf meinem Kanal. Also wenn die nächste Folge von Red Dead Redemption 2 online geht, die auch schon in Kürze kommt. Die Folgen gerade am Anfang kommen jetzt recht fix. Aber wie gesagt, um das alles mitzubekommen, am besten abonnieren und die Glocke aktivieren. und dann verpasst ihr kein weiteres Video. Vielleicht sollte ich das alles übernehmen. Die werden dich für dich schrauben. Die haben mich noch nicht getroffen. Nein, aber wie unsere Glück hat gestiegen. Hush. Lass uns da erst mal runter gehen. Also wenn ihr das alles macht, wenn ihr die benachrichtigt. Ansonsten habe ich das alles auch schön in der Playlist. Ihr könnt jetzt hier im Video direkt dann schon auf die Playlist oder das nächste Video klicken. Und auch auf der rechten Seite findet ihr das alles. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Red Dead Redemption 2. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020